ich soll mein double speed hier mal durchrushen sagst du damit haben wir alles hier fertig aber irgendwo ist es ja noch oder es ist immer noch der bug hier vorne scheinlich ach so du meinst nee da hatte ich aber eigentlich kein double speed an aber naja ich habe keinen platz das ist auch nur anziehen in jung bräuchte ich ein bisschen das ist ein bisschen weiß ich nicht einfach ein beil so jetzt müssen wir hier mal die kiste noch aufmachen sollten wir aber eigentlich überleben ganz nett aber unnütz schild auch auch gut er würde das auch nicht verstehen verstehst auch gar nichts weiß ich nicht die besser ist als die du hast oder ist es genau die es ist genau die na ja ja well don't tell him where it is no house fun is suffering and featuring it out but maybe i never found it luftresistenz bei dem schild ah of course you're right ich krieg's nicht hin das kriegt er nicht mehr hin weil oh nein jetzt müssen wir da auch schon wieder höher kommen vor allem ist das nicht die brust die er gerade erst bekommen hat ich krieg's nicht hin die hat er doch gerade erst bekommen der eumel da passt nichts mehr rein da kriegst du deine alte wieder weiß ich nicht keine ahnung weiß ich nicht wem soll das denn nützen keinen platz mehr so sind hier noch irgendwelche geheimgänge irgendwelche alles mit der arena war auch gut vorhin schon gemerkt da hatte ich abgelevelt komplett da noch mal arena komplett schwer gemacht das das war schon eine ganz andere nummer leben am limit leben am limit aber muss man nicht auch dahin jetzt irgendwie noch kommen das machen wir noch mal oder ja das ist das ist das ist das ist das ist das ist Ah! Doppelspeed will ich aushaben, gehen wir ganz nach hinten, fangen wir heute noch um. Level und Looten ist unser Motto. Also hier sind Don't Bearers yet. Ja, also wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm. Geheimtür würde ich wahrscheinlich sonst eh nicht finden. Mal eigentlich eine Geheimtür jetzt an einer Wand zu finden. Also entweder weiß man das oder man geht auch dran vorbei oder durch Zufall halt. Gut, die Karte hätte man dann natürlich irgendwann mal geguckt. Wo könnte das sein? Und ich habe ja sonst auch nebenbei noch einen Guide auf. Ja gut, sechster Sinn, ja ja. Und der Diesel um... Pferdsechse sind auch noch mal hoch. So, ist hier doch bestimmt noch irgendwo mal eine Tür, ne? Speedy. Schnellste Maus von Mexiko. So. Hier muss ja... Uh, 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 uh. Was war da denn? So kann man hier natürlich auch rauskommen. Vielleicht. Also ich hätte jetzt gedacht, ich komme hier irgendwie raus. Aber... Ich habe keine Ahnung, wie man hier rauskommt. Jetzt lässt du mich suchen, ne? Jetzt lässt du mich bestimmt suchen. Hehehe. He is suffering long and hard in this arena. How many hours do you need? Ich hätte schon einen Trick, wie man da rauskommt. Hier. Ne? Hat er gefunden. Easy. Und sonst hätte ich hier bei ihm noch einen kleinen geheimen Trick gehabt. Aber den hätte ich nicht ungern genutzt. Tag. 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 vampire nur noch wieder nach unten zu. Of course I find the map. Do you see... Here. That one is a... This is a map. But I don't find it by myself. Help me a little bit. Oh, that's a cloud. Oh, that's a cloud. Oh, that's a cloud. Oh, yeah. um he doesn't say um where i find it say uh where i should look where i should take a look only it's hard for me it's hard for me it's hard for me it's hard for me mönchgefäste auch mal machen die laterne habe ich doch noch gar nicht habe ich doch noch nicht jetzt müssen wir nach da oder wie das ausgesprochen wird die haben zu wie komme ich denn jetzt am schnellsten kann ich da zu fuß hingehen von hier das wäre doch mal angenehme abwechslung ich muss erst mal erich sagen kann ich auch hier mit oder war das schiff günstiger wir können hier noch schild lernen schild experte aber wo aber wo ja 10 gold kommen fast first try würde ich sagen gefunden mittlerweile 88.000 gold fast 89.000 immer mal wieder gucken wegen dem zauber brauchen immer noch schutz vor magie wir kommen in der körper gilde war das körper es war körper ne schutz vor magie tada willkommen in der gilde der seele so welche wie wo bischen wahrscheinlich mit der kutsche vielleicht hoffentlich aber nicht heute hallo ihr wollt reisen ne will schon reisen aber nicht dahin oder kommt man da zu fuß hin ahoy willkommen an bord komm ich da zu fuß hin fuß oder kutsche ok welche himmelsrichtung zu fuß stimmt da längs und ne da geht es glaube ich nach harmon ne total ja ok hey haust ab ich bin bestimmt da längs bin bestimmt da längs bin ich dir jetzt weg machen habe ich keinen bock jetzt noch machen wir aber beim nächsten mal wenn wir hier sind das ist desert ach du dicker aal au au aua 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 straßenschilde helfen ähm das ist voll rivers parkat wüste stadt gewinnt einmal längs da tadaa die habe ich auch schon alle mal irgendwann äh weg gemacht machen wir jetzt zwar nicht heute weg aber wir können hier noch mal kurz rangehen ist nichts drin haben sie nichts nachgelegt waren faul die jungs die waren faul oha oha sind die stark haha gut hässlich sind die aber sonst sind sie nix jaaa könnte ich jetzt rein machen will aber eigentlich nur kurz mal die hier weg machen einfach weil die nicht genervt haben dann will ich eigentlich fix zur stadt kurz nur gehen äh nicht noch ausbilden lassen und dann habe ich auch glaube ich genug gedacht für heute neun stunden zwei schon live hier ist aber die gottwin stadt die habe ich doch gesucht ich glaube nach neun stunden zwei darf man auch mal aufhören glaube ich oder was er es darf da will ich glaube ich mal aufhören bei und experte das muss sie doch noch lernen da muss wahrscheinlich nach nordwesten kann ich hier noch etwas lernen nein 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 schatten experte stimmen schatten zauber gibt es ja auch noch aber für schatten und nicht ich glaube für schatten muss so ein bösewicht sein nordwesten muss man auch mal erst mal gucken wo nordwesten ist natürlich das war nur ein kratzer was ist denn jetzt passiert aber kümmere dich drum damit habe ich jetzt nicht gerechnet die kriege ich nicht weg gehe ich nicht weg vergessen muss ich von da muss ich noch mal den wegzoll nicht gezahlt du musst du mal wegzoll bezahlen autostale stimmt so nach nordwesten streaming later to ach so du meinst du auch brauchst das gleiche spiel ach so nicht noch mal jetzt kann ich nicht jetzt auch einfach da rausgehen kommen sie direkt ich bin ich bin ich denn jetzt direkt an die enden als ende der web kommt das war gar nicht an der ende der web ja mache ich wo muss ich erzählen nordwesten das war ein ist auch egal was ist er jetzt betrunken 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 obwohl er sich nicht mal in rein gescheppert hat sachen gibt es die werden ja direkt betrunken was kann man gegen betrunken machen nix schlafen ist ja nicht schlechter ich weiß gar nicht ob ich morgen noch also heute nachher noch stream ich nur schlafe und dann nochmal streamen machen dann morgen halt nicht den ganzen tag auch hier ist doch das dorf mal schauen aber sich siehst du das ja immer wenn ich das ist ja auch nicht ja wie gesagt an sich siehst du ja eigentlich irgendwie ob ich live bin oder nicht muss wahrscheinlich noch weiter hoch vielleicht sind wir hier alle betrunken ok sind immer die gleiche im system ok auch aus dem deutschen bereich stream wir dann auch noch mehr das muss ich aber mal aufpassen wenn ich noch drauf gehe im deutschen bereich stream wir dann auch mehr also ich muss sagen die stadt hier gefällt mir nicht so gut die machen bald auf machen das bald auf das ist zwar nur ein kratzer so jetzt kommt aber mal her hier wer will jetzt hier noch was deutsche bereich keine ok normalerweise ja ich will eigentlich nur noch ganz kurz das abgeben und dann feierabend und jetzt habe ich hier die kacke am dampfen wirklich und erträglicher schmerz du bist betrunken jetzt stelle ich mir nicht so an da tut das auch eh nicht weh und früh vielleicht da braucht er sich jetzt ja nicht so anstellen aber noch echt viel gepolter au 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 Unerträglicher Schmerz! Au! War das schon alles? Au! Wie bin ich denn jetzt gestorben? Fallschaden, ne? Ich kack ab. Ich kack ab. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? 80 Jahre her, ne? Ich mache das morgen noch mal einen schönen... Morgen gebe ich ab. Morgen wache ich hoffentlich früh auf. Und dann mache ich das noch weiterhin. Aber heute... Ich habe Bock mehr jetzt. Vielleicht nicht. Und die drei machen wir noch weg. Äh... Das war ein... Ist auch egal. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oder die vier. Wird wir nicht wieder die ganze Map holen. So. Kann man jemanden nüchtern machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir schlafen. Wir schlafen. Überrasen. Okay, ja. Das sagte ich mir schon. Wir schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020